Ja, ich mache einen Bericht über den Ankern. Ich bin depressiv, Italiener Tutto Mond. Ich habe einen Rückschlag, einen Rückschlag nach dem anderen. Vom Wege der Fuß. Ich habe viele Schulden und deswegen habe ich wirklich gedacht, ja das ist leicht, aber das ist leichter gesagt als Vegetar. Schauen Sie mich an. Schauen Sie mich an. So ein Elend wie mich. Ja, Sie sehen das nicht, aber ich sage Ihnen mal, wenn ich Ihnen erzähle, was ich alles erlebt habe. Ich bin ein lustiger Mensch. Es gibt immer schlechte Tage. Es kommen gute wieder. Man muss nur die Zeit abwarten und dann... Ja, wann kommt diese Zeit? Wann kommt diese Zeit? Ich warte. Ich warte und warte. Und was kommt, ich will mich reinschmeißen. Wann kommt diese gute Zeit? Sag ich Sie mir, wann diese Zeit kommt. Schauen Sie mich an. Schauen Sie mir. Schauen Sie mich an. Ein Rückschlag nach dem anderen. Ich habe Schulden ohne Ende. Wer soll die bezahlen? Die 600.000 Euro, wenn ich sterbe, dann wäre ich Schulden frei. Ja, aber wenn Sie springen, wird das Selbstmord nicht gezählt und die Schulden würden auch nicht. Ja, aber ich habe eine Klausel habe ich. Ich habe eine Klausel. Die Versicherung habe ich abgeschlossen bei einem Schulkamerad von mir. Da hat sie mir gesagt, ich mache das schon. Bla 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 bla. Und dann zack, 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 zack. Also, ich bin depressiv. Schauen Sie mich an. Was sehen Sie in diesem Mensch? Was sehen Sie in diesem Mensch? Ich wollte mich da reinschmeißen. In diesem schönen Inkanal. Ich beobachte mich schon eine halbe Stunde. Ich habe gesehen, wie die gepoppt haben. Schreibt man nicht. Ah ja, aber das macht man doch nicht in der Natur sowas. Was hältst du eigentlich? Ja? Was hältst du eigentlich für diesen schönen Inkanal? Viel. Viel? Kommst du öfters hier vorbei? Nein, ich will zu meiner Freundin. Oh, was macht sie dann? Die muss arbeiten. Also, wenn Sie jetzt gehen, dann hoffe ich, dass ich mir nichts antun, aber Sie können eventuell die Polizei rufen oder die Feuerwehr, weil ich bin mir nicht sicher, weil ich habe... Nein, das ist jetzt nicht so weit. Äh, warum sehen Sie das? Haben Sie wirklich Menschenkenntnis? Das ist doch noch eine junge Frau, 18, 19. Die sind aber anders drauf, die sich da reinspringen wollen. Ich spring da rein, wenn ich will. Weil ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich kann nur gewinnen. Erstens mal. Ich spring da rein. Ich spring hier rein. Und wenn ich Glück habe... Das sind genug Wasser warten da, die in der Reinschaft. Was machst du beruflich? Instrumentenbau. Zementenbau? Instrumentebau. Ach so, Instrumente. Violino? Violoncello? Nein. Äh, Trompeter? Ich war früher, wie gesagt, Musiklehrer im... Nein, vom Fahrerzug Musiklehrer. Musiklehrer war ich auch. Und so bei den Bersalieri. Bersalieri. Ba, 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 ba. Ein Instrumentbau, Bersalieri. Das sind die italienischen Soldaten, die rennen. Ich weiß nicht. Gib mir 5. Ah, que bello. Wie ist dein Name? Mein Name? Ja? Warum? Achso, gut. Zeig dir mal dein Auge. Zeig mir. Ich zeig dir auch meine Auge. Noch kannst du sie sehen, meine Auge. Noch kannst du sie sehen, meine Auge. Können diese Augen lügen? Also auf jeden Fall glaubt man das wirklich. Ich bin ein depressiver Mensch, bin ich. Glaub mir, ich bin ein depressiver Mensch. Ich bin ein gutmütiger Mensch, aber ich bin depressiv. Ich, äh, ich... Ich tu' mal an.